Ey, meine Spieler bewegen sich wie Holz, das ist unglaublich. Wie kann er sich so bewegen? Wie kann das geil sein, dass der den Ball auch weiterhin bekommt? Wie kann das sein, dass er den Ball zum vierten Mal bekommt? Ey. Mach einer einen Clip bitte davon. Clip, Clip Jungs, Clip das da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das? Was war das? Dieses Tor. Nur chill hier von Anfang an. Wollen wir gute Sachen sehen? Halt's Maul. Halt's Maul, nein. Oh! Was? Der Erste? Der Erste, der im Stream sein Pack aufmacht? Der Erste? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Macht er nicht. Nee. 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 Und Ballverteidler. War es eine Vorlage? Oh Gott. Oh Gott. Ey. Kiri, wo ist das kein Foul? Wo ist das kein Foul? Ja. Und was für ein Gemmeltor. Aber es ist so verdient. Hilfe. Mal. Digga. Das Spiel war so kacke. Es war nur eigentlich auf Fehler. Aber Tabak, du hast es noch nicht gar rinschaut, Maldini und so in deinem Ding ins Team, oder? Oh, ich hab... Ich ziegert Mbappé, lol. Bro, ich hab... Was? Hast du Mbappé gezogen? In so einem Untread-Pack, Season-Belohnung. Ich hab große Probleme. Aber was war das grad? Das war irgendein Spielfehler oder... Keine Ahnung. Auf einmal... Wurde es sich gebeamt, oder so irgendwas? Hä? Christiano... Warum kriegt Rooney ne gelbe Karte? Aha! Ich fühl immer noch nicht einen 1,80 großen Fügel. Ecke kommt in die Mitte. Da müssen... Dein Torwart hat die Ecke gemacht. In Squad Paddles. Renn, Stoppel, Renn, Renn, Schieß! Ja! 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 Nein! Er ist vorher nicht geblieben. Diese Mannschaft, Paul of Fame, 3,7 K, Pulko 3. Guckt euch die Statistik an, der Junge macht 30 Weekend-League-Spiele, ne Bronze-Karte, 62, der macht 26 Tore, 20 Vorlagen. Ich bin in der Weekend-League. Ach komm, verarsch mein Leben! Gib mir mit jetzt ein Scheißt-Tor! Du Scheiß-Game! Du offensichtliches Mist-Game! Was laberst du, Riggah? Ey, 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 ey! Oh mein Gott! Och Mann! Auch mal arrogant spielen. Oh ja, geil. Jetzt kriegst du Rund! Nimm die Karte, nimm die Karte! Komm, zieh sie raus, zieh sie raus! Rund, du Penner! Ey, flieg da vom Platz, das Schwein! Sorry, wie viel Tempo hat Runi, Mann? Look, ich komm nicht mal dazu, diesen Platz zu spielen. Und jetzt sagt mir einer, dass... Okay, bitte, gönn, gönn. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Nein, das ist nicht grad passiert! Und nochmal! Und nochmal! Und Tor! Und Elfmeter! Er ist durch! Nein! Nein! Er ist durch! Mach ihn! Sascha! Mein Herz! Mein Herz! Nein! Lange besser, der 51! Guckst du an? Lauf schneller! Lauf schneller! Schieß! Was ist das denn? Was ist denn hier los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Was ist das denn? mit Engine Oh mein Gott Von Hammer Okay Da kann man auch mal den CR7-Jubel machen Als er das Ding da reingeknett hat Der Arm ist strong, Hilfe Also der hat nicht nur die Arme strong, sondern auch die Beine strong Das hätte auch sein Sorry, der musste sein Aber den hat er da ja reingeknett Hilfe Schreibt rein Soll ich den ehrenlosen Move machen? Soll ich in der Mitte stehen bleiben? Nein Digger Es ist Ich habe schon eine Rechtsvorteile Hilfe Ja sagst du Vielleicht der Richtige Ja und schon wieder mache ich mir Ja Und auch den roten CR7 in rot GG auf jeden Fall dazu Den roten CR7 in rot Moinsen Jungs Moinsen Umut Digi Hey Umut Digi Merhaba Boa Uff Zagst du Musik 1 2 2 3 2 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020